Und für alle, die uns noch nicht kennen, gibt es jetzt eine kleine Einführung in die Welt der Akustik-Bendits. Viel Spaß! Die Akustik-Bendits sind immer auf Raubzug und erzeugen die besten und tollsten Titel für ihre Sprung. Ich reise nach Memphis, Tennessee und er war auf der Suche nach Elbis. Hast du ihn gefunden? Elbis lebt, aber er singt nicht mehr. James Brown, und James Brown, muss ich sagen, wird jetzt mal regelrecht plass, wenn er diesen Titel von uns hört. Songmusik ist aufgeblieben und deshalb spielen wir noch ein bisschen was vor. Ich bin ein bisschen was vor, wenn ich mich nicht so schaufe, wenn ich mich nicht so schaufe, wenn ich mich nicht so schaufe. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.